Frieden und Segen Frieden und Segen und man währenddessen quatscht, währenddessen mit seinen Handys beschäftigt, telefoniert und man hat keinen Grund dafür. Ein Grund ist für mich, einer hat eine schwangere Frau und der wacht auf einen Anruf oder jemand einen Notfall. Aber ich glaube, es würde mich wundern, wenn wir so viele Notfälle haben würden, während des Vortrags. Weil, liebe Geschwister, ich sage euch das, wenn du hier vorne sitzen würdest und du willst uns was erzählen, was dir am Herzen liegt, das liegt dir am Herzen. Und du kommst zu mir, irgendwie geh mal ein anderes Beispiel. Du triffst einen Bruder, den du lange treffen möchtest. Jemand, der predigt, ein Da'ya, ein Scheich, ein Lehrer. Irgendein Bruder. Dein Vater, deine Mutter, dein Onkel. Und du wendest dich an den, und du redest mit dem. Und du legst, du gibst ihm etwas nahe, was du ihm immer geben würdest, mitgeben wolltest. Und er holt Handy raus und schaut auf sein Handy. Oder er dreht sich weg. Er redet mit seinen Nachbarn. Wie würdest du dich fühlen? Würdest du dich akzeptiert fühlen? Würdest du dich so fühlen, dass man dir zuhört? Ist das Respekt? Ist das Verhalten? Keine Nachricht. Du würdest dich darüber ärgern. Du würdest doch sagen, hey, hörst du mir warum zu? Genau, es ist selber ach. Im Fall eines Vortrags. Im Fall eines Gesprächs. Ich bin keine Rolle. Deswegen, Geschwister im Glauben, ich gebe euch das als Nasihat mit. Kommst du in eine Masjid rein, gibt es Aker, gibt es Regeln. Verhaltensweise, wie mich ich verhalten muss. Was kann ich machen, was soll ich nicht machen? Wir wissen auch, sogar im Klassenzimmer gibt es Verhaltensweise. Bei dir zu Hause gibt es Verhaltensregeln. Du kannst nicht machen, was du willst. In der Schule, in der Klasse kannst du nicht machen, was du willst. Genauso in der Masjid. Und die Moschee ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht das Haus des Vorstands. Nicht das Haus des Imam. Oder derjenige, der die Person die Khutba macht. Oder die Person, die vorträgt. Keiner hat ein Recht darauf, oder? Das ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Erwähnung von Allah ist viel höher. Ist viel höher, liebe Geschwister. Und viel größer als die Erwähnung gleichzeitig von anderen Dingen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, ist es wichtiger für dich. Es bedeutet mehr. Warum lässt du dich vom Schätan in diesem Moment zutexten? Er sagt zu dir, ich muss denen noch was sagen. Und ich muss denen noch was erzählen. Und ich muss noch denen anrufen. Und ich muss denen anlachen. Und ich muss mit denen rumquatschen. Und ich muss mit denen rumspielen. Mein Bruder im Glauben, meine Schwester im Islam, warum kommst du zu einem Vortrag? Was ist deine Nier? Was ist deine Absicht? Ich stelle sie nicht in Frage. Ich stelle die selber in Frage. Ich kann nicht sehen, achi. Die Absicht ist im Herzen. Allah subhanahu wa ta'ala sieht in dem Herzen. Nicht wir Menschen. Keiner von uns. Aber frag dich selbst. Ich bin jetzt hier hingekommen. Ein Bruder, der Bruder Abdul Hamid. Oder Bruder Burmeis. Oder Bruder Bunayn. Oder welcher Ebu auch immer. Sind 300 Kilometer hingekommen. Mit einer bestimmten Absicht. Was hat dich dazu bewegt, hier hinzukommen? Bist du hier hingekommen, um den Nachbarn zu quatschen? Bist du hier hingekommen, weil du keine Zeit zu Hause hast, auf dein Handy zu schauen? Jetzt mit dem Handy zu spielen? Oder jetzt zu telefonieren? Was ist deine Absicht? Diese Frage musst du dir stellen. Wenn du in einer Mächte gehst, wenn du zu einem Vortrag kommst, wenn du etwas hören willst, willst du dich vor Ramadan vorbereiten? Oder willst du nicht fast in dieses Jahr? Oder hast du dir schon vorgenommen? Diese Frage stellt sie selber. Ich stelle mir sie jedes Mal. Und sage mir, wenn ich irgendwo hingehe, warum gehe ich? Warum opfer ich diese Zeit? Um meinen Namen zu hören. Um bekannt zu werden. Oder um Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefallen zu erreichen. Das, was dir helfen wird am Yomel Qiyamah. Das, was uns helfen wird am jüngsten Tag. Deswegen, liebe Geschwister, bevor wir über Dinge anfangen zu reden, die wir vielleicht manche von uns gar nicht verstehen, sollten wir uns gewisse Frage stellen. Um unsere Absichten zu reinigen. Um Dinge richtig zu tun. Ich hatte eigentlich vor, über ein Hadith zu sprechen. Und eine Erklärung von einem Hadith mitzugeben. Aber ich denke mir, das ist nicht nötig. Es müssen andere Dinge erwähnt werden. Die Muslime verstehen die einfachsten Sachen nicht. Die Ummah scheitert, liebe Geschwister, an Grundlagen. An Grundlagen scheitert die Ummah. Wenn wir den Muslimen sagen müssen, du darfst nicht rauchen während des Ramadan oder du darfst nicht dein Fasten brechen oder nicht im Ramadan Fasten wegen rauchen, das ist nicht nur Armutszeugnis. Fasten ist eine Säule im Islam. Der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, sagt Bunya al-Islam ala Hamz. Bunya al-Baut basiert. Der Islam steht und baut und basiert auf fünf. Eins von den fünf Säulen im Ramadan ist das Fasten im Monat Ramadan eins von den Säulen. Und du willst, ich soll dir sagen, rauch nicht. Oder guck, dass du die Säule machst, dass das Rauch nicht davon ablenkt. Was für ein Muslim ist man dann? Welchen Islam hat man verstanden? Welche Religion lebt man aus? Brüder im Islam, Schwestern im Glauben. Es gibt Muslime, es gibt Muslime, sie haben viel geopfert, sie haben viel geopfert, um sich Muslim zu nennen. Sehr viel. Um das zu tun, was du tust. Um da zu glauben, woran du glaubst. Um auch zu können, in die Moschee zu gehen und an das Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Oder sich einen Vortrag anzuhören. Oder sich die Khutbah anzuhören. Es gibt viele Menschen, liebe Geschwister, Muslime unter uns, sie mussten viel opfern. Viel aufgeben. Und man geht, wenn man diesen Islam bekommen hat, manche Muslime von uns, man geht mit dieses Geschenk sehr schlecht um. Denn das ist ein Geschenk von Allah. Das hast du dir nicht durch die Nationalität verdient. Das hast du dir nicht durch einen Familienstab verdient. Da sollst du glücklich und dankbar drüber sein. Denn die Rechtsleitung obliegt Allah und niemanden sonst. Die Rechtsleitung obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst neben der Kaaba geboren sein. Du kannst neben der Kaaba geboren sein. Und du kannst die Ehreleitung finden. Das ist keine Sicherung für dich. Ich kenne die Sicherheit, dass du den Islam in vollen Auszügen bis zum Ende deines Lebens ausüben wirst oder umsetzen wirst. Hast du keine Garantie für. Ich sage dir, Bruder, es gibt Muslime, sie haben viel aufgegeben. Ich kenne eine Schwester im Islam. Achhi, sie hat viel verloren, damit sie sich Muslime nennt. Und ich springe traurig darüber, wenn ich sehe, die Muslime, die sind in einer islamischen Familie geboren, aufgewachsen. Man hat ihnen das alles in den Wegen gelegt und sie geben den Islam so ab. Sie lassen es davon so ab, als wäre es nichts. Diese Schwester Achhi, sie ist zum Islam konvertiert und weil sie sich bedeckt und Muslime nennt. Und la ilahe illallah sagt, Mohammed al-Rasulullah und das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet und fastet im Monat Ramadan. Und zum Hatsch biegert, wenn Allah es ihr erlaubt, wenn sie Kraft oder Geld oder die Möglichkeit hat, hat sie sehr viel verloren. Ihre Eltern, Achhi, sie hat Kinder und ihre Kinder haben für ihre Eltern Bilder gemalt, Zeichnungen gemacht. Wie ein Kind macht für Opa, für Oma, jemand, der Vater ist, kennt das. Und die haben Geschenke für die Eltern gehabt. Und Oma und Opa erwähnt. Und sie hat all diese Sachen, weil die Eltern etwas weiter weg wohnen, immer zu denen geschickt. Bis die Eltern erfahren haben, dass diese Frau sich bedeckt für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Eltern haben alles in einer Kiste reingetan und ihr ist zurückgeschickt, alle Briefe, alles. Und haben dir gesagt, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Sie hat ihre Eltern aufgegeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie hat ihre Eltern aufgegeben für Allah subhanahu wa ta'ala, damit die sich Muslime nennt. Damit die fassen kann, den Limonat, der jetzt kommt. Und ich soll dir sagen, rauch nicht während des Ramadan. Guck mal, was Menschen aufgeben. Was Menschen sein lassen, damit die sich Muslime nennen. Und ich soll die Zigarette vergleichen. Aaudu billah. Ich soll dir sagen, bete. Was ist das für ein Armutszeugnis, Achri? Guck mal, was Menschen aufgeben, Bruder. Und Schwestern im Islam. Guck mal, was sie machen müssen. Welche Prüfungen sie haben. Was sie loslassen sollen. Damit sie das machen können, was du machen sollst. Aber nein. Man ist zu stolz dafür. Man ist zu, was weiß ich dafür. Die eine, sie gibt alles auf, um Muslime zu nennen. Der Muslim, der im Islam geboren wird, gibt alles auf, um sich Gangster zu nennen. Oder um sich was weiß ich zu nennen. Um irgendeiner bestimmten Person nachzugehen. Um Rapper zu werden. Um was, egal was. Alles aber, was nicht mit dem Islam zu tun hat. Er würde für Rapper werden. Oder für irgendeinen Schrott werden. Würde der Familie aufgeben vielleicht. Aber die andere Person lässt davon ab. Wegen Islam. Und sie hat das nicht freiwillig gemacht. Man lässt von ihr ab. Weil sie Islam hat. Und sie muss Islam loslassen, damit sie ihre Eltern haben. Aber tut sie nicht. Tut sie nicht. Weil das ist, liebe Geschwister, die Rechtsleitung, die obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht dir und nicht mir. Die Rechtsleitung obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ob du als Muslim stirbst oder nicht, ist eine andere Sache. Die Buddha haben eine Ayah erwähnt über Siyam. Und dass Allah uns etwas zum Fahrt gemacht hat. Zur Pflicht gemacht hat. Aber es gibt eine Ayah. Zu laut oder zu laut? Zu laut? Ich wollte laut haben, jetzt gehen wir laut. Es gibt eine Ayah. Ein Khatib erwähnt sie jedes Mal zur Khutbah. Oh, die ihr glaubt. Und Allah spricht die Muslime an, die Gläubigen. Fürstet Allah, so wie man ihn fürchten muss. Mit einer geziemenden Furcht. Und stirbt nicht anders denn als Muslime. Liebe Geschwister, eine Ayah, die hört man fast jede Khutbah, jeder Freitag. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in dieser Ayah und macht uns klar, dass es für mich und für dich keine Sicherheit gibt, dass wir als Muslime sterben werden. Deswegen, dank Allah subhanahu wa ta'ala für den Islam. Dank Allah subhanahu wa ta'ala für die Rechtsleitung. Dank Allah subhanahu wa ta'ala für die Gabe, die du bekommen hast. Und schämen wir uns, wenn wir diese Gabe sein lassen, für Dinge, die es nicht wert sind. Und sogar für Dinge, die sündhaft sind. Da muss man sich schämen. Wenn man diese Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala in Frage stellt. Oder wenn man sie, liebe Geschwister, vergleichen tut mit Dingen, die es nicht verdient haben. Denn der Islam und die Rechtsleitung ist mehr als ein Geschenk. Mehr als Wertvolles in diesem Leben. Diese Schahade, die du mit dir trägst, die du dir aussprichst und daran glaubst und festhältst, wiegt mehr als die ganze Schöpfung, achi. Ein Mann am Yom al-Qiyama kommt zu Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, wenn ich dir die ganze Erde als Gold gebe, die ganze Erde als Gold, würdest du sie spenden für Allah, würdest du sie opfern für Allah, würdest du sie dir abgeben für Allah subhanahu wa ta'ala, damit du jetzt das Paradies erlangst. Dieser Mann bejaht das. Er sagt, ich würde es machen. Stell dir vor, die ganze Erde als Gold, die Menschen töten sich für ein paar Gramm, für ein paar Kilo Gold. Menschen würden alles dafür geben, wenn du dir eine Kugel Gold schenken würdest, reines Gold, der würde dich vielleicht nie vergessen. Das ist eine Tatsache. Jetzt die ganze Erde kommt als Gold, die ganze Meere, der ganze Sand, die ganzen Berge, die ganzen Blätter, die wir geben. Weißt du, wie viel das ist? Das überschreitet unsere Maß. Das überschreitet unsere Vorstellungskraft. Würdest du das opfern? Menschen opfern heutzutage vielleicht nicht einen Cent. Und da ist nicht 0,000000 Gramm Gold drin. Oder was weiß ich, 10 Pfennig oder 10 Cent meinst du, oder wo auch immer. Ein Geldstück, diese Kupferstücke verbraucht man, da hat man Angst zu geben. Stellt man sich hundert Fragen, bevor man geht. So, liebe Geschwister im Islam, der Mensch wird ihnen etwas gegeben, das unsere Vorstellungskraft überschreitet. Die ganze Erde, die ganze Erde wird ihnen geschmissen als Gold. Er würde geben. Er würde geben. Am Yom Kriyam, er sagt, ja, ich würde es geben. Allah SWT sagt, ich habe viel weniger als das Pfanne. Weil etwas zu geben, ist schwer. Es opfert, es kostet Kraft. Er sagt, ich habe dir viel weniger als das Pfanne. Nämlich was? So sprechen La Ilahe Lama. In einer anderen Aya, liebe Geschwister, in einer anderen Belieferung, heißt es, dass Allah SWT auf der einen Wachschale die Scherde tut. Und der andere, auf der anderen Wachschale die ganze Schöpfung, achi. Bäume, Meeren, alles, Berge, alles, achi. Alles kommt auf eine Wachschale. Alle Himmel, alle Erden. Der Thron Allah SWT, die größte Schöpfung. Der Thron Allah SWT, kommt alles auf die eine Wachschale. Und auf die andere Wachschale, kommt La Ilahe Lala. Und das wirkt mehr bei Allah. Das wirkt mehr bei Allah SWT. Denk darüber nach, mein Bruder. Denk darüber nach, Schwestern im Islam. Was du von Allah SWT bekommen hast. Wie gehst du damit um? Denk darüber nach, was dich erwartet. Und frag dich jedes Mal, warum du gewisse Dinge tust. Und wisse, dass Menschen, Menschen mit dir leben, die viel abgegeben haben, um diese Religion zu tragen. Die viel durch viele Prüfungen gehen müssten, um diese Religion zu tragen. Also geh nicht damit, geh nicht damit so um, als wäre das etwas nicht Wertvolles. Weil dann hast du die Bedeutung des Islams nicht verstanden. Und ich gebe dir eine Überlieferung vom Prophet SAW, dass man keine kleine Tat leicht fertigen sollte. Auch zu kommen in einen Vortrag und zuhören und nicht quatschen, kann dir vielleicht bedeuten, dir Eintritt ins Paradies. Das weißt du nicht. Wenn du das mit richtiger Absicht machst, Gottes vorstellt wie bei Allah SWT und die Klasm in der Sache, vielleicht ist das der Grund, warum du das Paradies ergatterst. Aber wenn du kommst und du hast nichts anderes zu tun, außer mit anderen zu reden, oder was auch immer, dich mit zu beschäftigen, dann wisse achi, dass der Schaitan mit dir spielt. Du tust vielleicht einen Lauf groß, aber du bist sehr klein. Du bist sehr klein. Denn ein Geschöpf, was Allah gehorcht, und mag es in der Größe kleiner sein als du, ist mehr bei Allah als ein Geschöpf, was nicht Allah SWT gehorcht. Vernachlässige und sehe keine Tat als zu klein. Der Gesandte, a.s., nimmt sogar das Spenden einer halben Dattel und sagt, dass das dich von der Hölle retten kann. Spenden von einer halben Dattel. Wir reden vom Erwähnen von Allah SWT, Hadithe hören, in der Mäschte zu sein, Tahiya del Mäschte zu bilden, zwei Rekka zu machen, dies und jenes, Salamu alaikum zu geben, zu den Brüdern grüßen. Wisst ihr, was das alles bedeutet, liebe Geschwister? Das sind gewaltige Taten, das sind Taten mit Gewicht. Deswegen, gleichfertigen wir nichts. Und ich stelle uns die Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Warum sind wir hier? Wollen wir uns vorbereiten? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Oder bin ich gekommen, um Leute zu treffen? Tee zu trinken? Warte auch immer. Und du wirst sehen, Achri, wenn wir uns solche Fragen stellen, werden wir uns innerlich verändern. Erst dann werden wir uns ändern. Erst dann werden wir einen Ramadan erleben. Erst dann werden wir vielleicht die Zeit im Ramadan nutzen. Erst dann. Aber wenn man sich diese Fragen nicht stellt, und wenn man sich mit anderen Dingen beschäftigt, dann, liebe Geschwister, wird das nicht so sein. Dann wirst du es nicht so erleben können. Glaub es mir. Deswegen danke Allah subhanahu wa ta'ala für alles. Für alles. Und sei dir nicht zu stolz, um zu danken. Danke, dass du danken darfst. Danke überhaupt, dass du danken darfst. Weil andere Menschen werden vielleicht nicht danken. Willi Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich bedanke mich bei den Brüdern, die das Ganze hier veranstaltet haben. Wenn wir etwas später gekommen sind, als angedacht, das ist halt eine lange Fahrt. Wir sind 330 oder 240 Kilometer und auf dem Weg kann nicht mehr viel passieren. Man muss halten oder an Stau oder was auch immer. und dann kann man halt sich verspäten. Ja, musst du uns entschuldigen darin, dass wir nicht geschafft haben, pünktlich 18 Uhr hier zu sein. Warum die Vorträge kurz gehalten werden, war mit Absicht, weil halt drei Brüder, oder wir waren zu dritt hier und jeder möchte natürlich etwas den Brüdern mitgeben vom Herzen, der Herzen zu Herzen sprechen. und ich möchte nicht, dass das Gerede oder das Gesprochene verloren geht. Deswegen haben wir uns geeignet, gut zu halten und jeder soll etwas Bestimmtes sagen und so nehmen wir von allem etwas mit. Weil unsere Aufnahmefähigkeit ist nicht die höchste. Erst recht, liebe Geschwister, wir sind beschäftigt mit so vielen Dingen in dieser Welt und man sieht leider auch so viel Schlechtes, manche beschäftigen uns schon mit viel Schlechtes, dass unsere Aufnahmefähigkeit sehr schwach ist. Dass unsere Aufnahmefähigkeit sehr schwach ist. Ich sehe ja, manche Leute können nicht mal 30 Minuten ausschalten, ein Gespräch ohne zu lachen, miteinander ohne zu quatschen. Geht nicht. Bei manchen geht das nicht. Woran es liegt, das müssen die Personen sich selber fragen. Man muss sich starren, wenn wir uns nicht starren, wenn wir uns nicht ändern. Manche schaffen nicht mal, in der Chutba zuzuhören, ohne einzuschlafen. Das ist ein Verbrechen in sich selbst. Bis zum Sonsten in der Chutba. Glaub es mir. Dein Lohn geht flöten. Deine Belohnung ist flöten, genau. Einschlafen während der Chutba, und möge Allah beschützen. Aber das sind Dinge, liebe Geschwister, die wir ändern möchten und möge Allah uns die ändern lassen. Wir haben euch einige Flyer, und ich glaube, du hast noch ein paar Bücher dabei, Einige Flyer, ein paar Bücher gebracht. Zwar nicht in einer riesengroßen Zahl, aber das auch mit Absicht. Warum, liebe Geschwister? Natürlich, die Sachen sind immer umsonst, und Liebe mögen die Muslime und die Menschen. Die Muslime. Die Menschen mögen Dinge, die umsonst sind. Ja, und egal was es ist, vielleicht wenn du sogar Blankopapier auf den Tisch stellen würdest und sagen, das ist umsonst. Die Leute werden sich ja schnappen, weil das halt umsonst ist. Umsonst schmeckt besser. Ja, umsonst schmeckt besser. Halt, es ist so, liebe Geschwister, dass ich möchte, dass wenn man etwas nimmt, und man für die Dauer anwendet, dass man das vernünftig anwendet. Nimmst du zehn Flyer mit, dann verteile sie. Das bringt nichts, wenn du einen Batzen mitnimmst, in diesem Moment, wo alle nehmen, und dann bleibt dieser Batzen bei dir zu Hause bis zum Allah-u-Alem, bis du 40, 50 los. Und du hast nichts verteilt. Ja, deswegen, ein kleines Mal, nimm etwas, und nimm mir jetzt vor, dieses bisschen zu geben. Und dann fertige keine kleine Tat. Ach, das kann viel bedeuten. Du weißt nicht, dieser eine Flyer von den zehn, die du genommen hast, anstatt dass du hundert mitnimmst, weil die umsonst waren, kann sein, dass diese zehn Flyer wirken, weil du die für bedacht geben wirst. Nimm es und gib es bedacht an Leuten, die Interesse haben. Verteile es nicht, als wäre das Pizza-Flyer. Ja, oder als wäre das, was weiß ich nicht, nur ein Party-Flyer. Ja, wo die, man verteilt das halt einfach, ich muss eine Menge verteilen. Ich habe tausend Flyer verteilt, damit ich sagen kann, ich habe tausend Flyer verteilt. Nein, verteile es bedacht, mach es bedacht, damit die Sache auch ein Segen hat, damit die Sache auch gesegnet wird. Und nimm es nur, wenn du es vor hast zu machen. Machst du es nicht, dann lass es sein. Nicht, dass die Papier, Altpapier werden in deiner Wohnung. Dafür ist das nicht gedacht, weil die Leute auch von Geld dafür, damit das gedruckt wird, andere Spenden dafür, damit diese Sachen gedruckt werden oder gemacht werden. Und es hängt eine Arbeit und es steckt eine Arbeit dahinter. Und ich habe gesehen, in den letzten Jahren, wo wir Dauer gemacht haben und wir haben hunderte von tausende, hunderttausende von Flyer und CDs und was auch immer verteilt. Ach, bei vielen Muslimen ist das Altpapier gewinnt. Du bist bei Muslimen gegangen, hast du gesagt, das ist ein Auto voll gestapelt. Ach, was machst du damit? Und so, stapelst du das da voll. Flyer von Veranstaltungen. Veranstaltungen sind zwei Jahre vorbei oder so. Das ist ja schon mein Lieblings. Das heißt, wir müssen, wir müssen anfangen zu überlegen, der Mokmen ist schlau, Achim. Der Mokmen, der Gläubige, ist schlau. Er überlegt, er denkt nach. Nicht einfach geradeaus durch die Wand. Er ist schlau, er bedenkt Dinge, Achim. Er überlegt sich Sachen, bevor er etwas tut. Er macht nicht einfach, was alle machen. Wir sind nicht, sollen nicht von denjenigen, ja, alle machen nicht, ich mache das auch. Alle gehen zum Vortrag, gehe ich auch zum Vortrag. Habe keinen Punkt zuzuhören, will nicht zuhören, habe keine Lust hier zu sein, aber ich komme, weil alle hingehen. Alle gehen nach links, ich gehe nach links, alle gehen nach, bist du mitläufer. Dann bist du schlicht, einfach ein Mitläufer. Das sollst du nicht sein als Muslim. Weil Allah dir etwas gegeben hat auf dieser Erde, was andere Menschen begehren oder haben, wollen wir nicht haben. Weil du ein Geschenk bekommen hast von großer, großer, von einer Riesengröße. die ich dir nicht beschreiben kann. Und für diejenigen, die zum Islam konvertiert sind, die wissen das. Die haben vielleicht etwas mehr erkannt, was dieses Geschenk bedeutet, weil die wissen, wie das ist, ohne Islam zu sein. Weil die sind nicht damit aufgewachsen. Und weil sie vielleicht keine Eltern haben, die Muslime sind und mit denen den Islam teilen können. Deswegen nachher, bedenke deine Taten, bedenke deine Schritte. Du musst anfangen, vernünftig zu handeln, schlau zu handeln. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Und ich bedanke mich, wie gesagt, an alle Geschwister, die da waren und aufmerksam zugehört haben, sowie auch bei den Schwestern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, den Ramadan zu erreichen, da auch es sein kann, dass man diesen Ramadan auch nicht erreicht. Ja, ich kenne Leute immer, jedes Mal fast im Ramadan von Leuten, die kurz vor Ramadan gestorben sind. Ich kann mich erinnern, ich glaube 2010 oder 2011 war ein Junge, der ist bei uns in der Nähe eine Nacht noch vor Ramadan gestorben. Es kann alles passieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen gesegneten Monat erreichen lassen, da man in diesem Monat die Zügel in die Hand bekommt und man kann sich zu großartigen Taten und guten Taten hinleiten lassen mit den Geschwistern und hinbringen lassen. Man kann, wenn man verändern, so kann man sich verändern. Wobei, ich möchte eine Sache sagen, jeder Bruder und jede Schwester soll sich vornehmen, jetzt zu ändern. Auch wenn wir es vielleicht nicht jetzt schaffen sollten, alles zu ändern, nimm es dir vor, Achim. Innamel amelu bin Nidya. Die Taten entsprechen der Absicht. Nimm es dir vor. Sag, ich ändere mich jetzt. Ich gehe nach Hause, ich ändere mich. Wer weiß, Achim. Vielleicht, wenn dir die Tür öffnet. Mach keinen Terminkanal. Ich ändere mich nächsten Ramadan, ich ändere mich beim Hadsch, nach der Hadsch, nach der Umrah. Ach, ich kenne einen Jungen, der hat vor zehn Jahren gesagt, dass der nach dem Silvester, das war 2004, Silvester, glaube ich, also von 2003 zu 2004, knapp so ungefähr, ich weiß, ich kann mich auch nicht hundertprozentig erinnern, aber war ja viele Jahre her, hat er gesagt, ich feiere nur noch Silvester und dann will ich Islam annehmen. Ich sehe, er hat so einen Kalender gesetzt. Ich mache nur diesen Silvester noch mit, sagt er, weil ich will diesen Silvester noch feiern und dann nehme ich Islam an. Zehn Jahre vergangen, er hat immer noch kein Islam annehmen. Immer noch Silvester feiern, ist Islam annehmen. Immer noch dabei. Mein Bruder hat mir vor zwei Wochen gesagt, das ist meine letzte Packung, ich rauche meine letzte Packung. Er dachte zu mir, das ist ja Käfer, mega mein Rechlein. Und dann, ich habe mit ihm geredet darüber, halt die Beschwerdenzimmer über Geld, Sorgen und so. Ich habe gesagt, ach, ich kann nachher zu ihm sagen, weil er mein Bruder ist ja, vom Blut her. Ich sagte zu ihm, du legst mindestens 300 Euro im Monat aus für das Zeug, damit du rauchen kannst. Und Alkohol und das. Hör damit auf, du hast noch mehr Geld. Dann wirst du auch sehen, dass das anders ist. Ja, ich sage, das ist meine letzte Packung. Gestern treffe ich den, neue Packung. War ich die letzte Packung schon? Oder hast du mal noch die letzte Packung? Dann sagst du mir, ja, ich geh zu Gott. Ein bisschen genießen. Ja, das ist keine, man hat, das bedeutet, diese Leute haben kein Durchhaltevermögen. Und dieses fehlende Durchhaltevermögen ist doch bei den Muslimen. Ich fange heute mit Koran lesen, dann macht er zwei Tage Koran lesen, dann lässt er zwei Jahre schon. Dann nach zwei Jahren sagt er, ich fange jetzt mit Haditha. Dann macht er zwei Wochen Hadith, nach zwei Wochen macht er wieder ein Jahr nichts mehr. Immer dieses, ich fange an und ja, und man hat kein Durchhaltevermögen. Aber dieser Weg, den wir gehen, benötigt Durchhaltevermögen. stören nicht anders denn als Muslime. Dieser Satz sagt dir, du musst durchhalten, dass du nicht weißt, wann du sterben musst. Es können viele Jahre werden, es können wenige Jahre werden. Durchhaltevermögen ist sehr wichtig. Tayyib, ich möchte kein anderes Thema öffnen. Möge Allah, uns von den Leuten des Paradieses machen. Möge Allah, alle Muslimen und alle Muslimas, ihre Sünden vergeben, ihre Taten annehmen. Und möge Allah, unsere Geschwistern, Brüder und Schwestern in Syrien, befreien von ihren Leiden und von einem ungerechtem Herrscher und will Allah subhanahu wa ta'ala in ihre Freiheit geben. Obaret und Maffek. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.